Ja, hallo, Dumpfaff. Ja, schön. Du kommst mir immer näher. Das ist ja toll. Oh, jetzt ist aber ein kleines Mäuschen da. Gewesen. Und die Dame auch. Du vertraust mir auch schon, ne? Ihr habt euch an die Stimme langsam so toll gewöhnt. Was sitzt da? Nebeneinander? Ah, jetzt nicht mehr. Untereinander? Ja. Komm hoch. Hol dir ein Körnchen. Ja, das klappt irgendwann, ne? Ja. Hoffe ich. Mein Gott, bist du ein schöner Vogel. Deshalb werdet ihr auch immer gefangen und als gezüchtet verkauft. Ui, das war ja jetzt schon fast. Fast hier oben. Hä? Das ist jetzt gerade mal ein Meter. Na, komm hoch. Du siehst das doch bei den anderen Vögeln. Ach nee. Jetzt auch das noch. Oh. Jetzt kommt wieder ein Problemfall. Ja, kein Problemfall. Ich weiß, schönes Hörnchen. Ich hole Nüsse. Ach, die Finger wieder voll Öl. Hm. Auch wieder abgeleckt. Mal gucken, wie er jetzt reagiert. So. Und, was passiert jetzt? Ah, du hast helle Nägel. So. Jetzt kann ich das wieder beerdigen. Ach, Mensch. Das. Der Dummfer war schon kurz. Der hat schon Anflug gemacht. Und ist dann aber abgebogen. Ach, Mensch. Hm. So ein Pech aber auch. Also wir müssen jetzt echt Öffnungszeiten machen. Da muss ich Schüttel hinstellen. Für Hörnchen frei. Oder verboten. Ne? Muss ich mal wieder Verträge machen? Beim Fümsterhönchen klappt das ja auch. Aber das kommt ja auch, wann es will. Naja. Dann ist das halt so. 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 Vielen Dank.